0 ganz ehrlich wo bin ich hier ja sagt es sich in Diablo da war ein Geld wenn wir hier beschädigte Handschuhe Prozent die braucht man jetzt nicht unbedingt oder okay ich komme jetzt mal zu euch starten aber auch die Fahnen aber auch die Fahnen vor dem Lager und verdammt ich bin zu Fuß gegangen und nicht gut nur auf die Fahne geht schneller wie geht das denn du bist du im Lager nee ich bin ich gehe ich auch mal zurück ich war eh nicht weit weg ja genau, du teleportierst hier jetzt nach neues Restaurant zurück und dann klickst du da unten direkt neben dem Weg sind wir auf eurem Fahrer und dann kommst du da von dir Marco, er mag mich mehr war ja klar wenn wir jetzt eine Völkerung, folgt mir ja klar weil ich auch die Ahnung hab von dem Spiel hier folgt mir den Tod du kennst Torchlight, wir können so viele gleiche ziehen ey Torchlight könnte mir aber auch mal wieder spielen finde ich das war natürlich ein Akzoi irgendwo in der Wüste Sudkuläne na Torchlight hab ich nicht mehr gespielt seitdem wir das letzte Mal gespielt haben das ist eigentlich schade das ist eigentlich ein ganz cooles Spiel du bist der Tag? du bist der Tag? weg hier ich denk immer noch dass du mich irgendwie für den Tag hältst sagst du so irgendwie dass ich die erste 2 mal verlernt habe was heißt ich bin der Tag? du bist ja ein Baba du bist ein Baba ja ich bin der richtige DT das klingt irgendwie voll nach du bist ein Baba du bist voll der ne? ne? ne neuer Rekord 11 mit einem Schlag Bam 29 Monster mit einem Schlag ich weiß gar nicht woher er diese 29 Monster genommen hat aber ist mir auch egal ich hab schon Probleme gegen so kleine Schlangen aber die hätten auch Probleme gegen mich also meine das geht noch 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 kurzbogen des Gemetzels na guck mal da ist ein Heiltrank na den hätte ich nicht liegen lassen mal einfach sagen ich genieße es nicht euch zu töten ok ja Finde ich schön wär auch ein bisschen schade wenn du mich töten würdest muss man einfach oh da ist es nicht so gut da oben da oben geht das richtig los sagen wir mal hier ein bisschen dance wo sind wir in der Richtung laufen dancefloat ach wo hinter uns hey die sind ja blau ja blau sind stärker da steht ja verseucht dran das heißt sie können eine bestimmte Fähigkeit lassen nämlich boom wo durch der Feld von der warte bitte ja schau mal wer hinter dir der kriecht 20 hoch jetzt mach mal hier diesen gefräßiger Toter weg und so bin ich doch erst ein richtiger Barbar zumindest im Clown ja da bin ich ein echter Barbar ja 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 ich besorgs ihm oder auch nicht da aua aua oh oh welches komische Ding oh siehst du bist jetzt schon in die Festung Alter du siehst ja aus wie der von Dark Souls das ist richtig leicht das sieht wirklich aus wie der von Dark Souls das muss man einfach mal sagen Jaja was denn ich zerstöre welches Level? oh ich bin sieben Tabulade sind nicht Karte jene mene muh und raus bin ich Frostbite Frostbite Engine 3 ja ja das ist ja hier Niveau würde ich mal fast behaupten da ist der Strahl wie nach 14 Flaschen Bier wer hat das gebracht im Mord oder? ja natürlich bei Void Rays oder? da hab ich den Strahl da ist der Strahl ah guck mal hier da ist der Strahl weißer Strahl wie nach 25 ich muss mal gucken was ich neues habe oh 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 irgendwie läge ich grad ein bisschen kann das sein? nein irgendwie führt er die Angriffe ziemlich viel später aus als ich sie ja hab ich eine zwei zwei was ist denn 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 los mit dir? was ist denn los mit dir? hast du es gesehen wie er beide trainiert hat? ja hast du es gesehen? da waren wir überall schon Entschuldigung kriege ich mal bitte eure Aufmerksamkeit und steht dann mit den Füßen auf dem McDonalds Tisch da äh ich möchte mal ein bisschen Werbung machen für meinen Bruder Farid für sein neues Album Killer äh und dann kommt der McDonalds Ding da zu ihm sagt er sie spinnen doch da sitzen Leute drauf er so ich darf das ich bin breiter als der Türsteher ich darf das nein würde ich auch behaupten das Geld das Geld sag dir das auch ja natürlich sag dir das auch oh was ist hier unten ich hab schon drei achso ne die sind nur blau da wo rennt ihr denn Robo? da 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 ich erinnere ein bisschen Brandy hinterher ich will mich jetzt eigentlich schon auf wie komme ich hinterher anstatt einfach mal die Tasse gedrückt zu halten ne ich ne hey Schatz kommt hin Schatz kommt hin 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 und ihn Schatz kommt hin los Schatz kommt hin Brandy wir brauchen dich Schatz kommt hin mach dich ein goldenes item ist es gut gold ja sag ich doch es ist doch alles dasselbe habe ich auch eingesammelt oder mehr habe ich nicht du hast ihn noch nicht schön aber selten ist das jetzt was gutes was ich angelegt habe ich habe so das sind ich habe ja was für dich friss frost da gibt er mir geht mir ich will auch ein stab aber ich habe ein sauberstab da ist ein kurz sauberstab 3 4 heilig schaden das passt leider nicht zu mir tschuldigung muss auf den schaden da muss man gucken wenn das hoch ist dann was was ist hoch für dich also ich bin bei 24,29 wir haben auch so einen heiligstab jetzt wie du siehst schau mal der leuchtet so schön es ist schon schön finde ich jetzt muss man einfach so sagen was ist denn los mit dir wenn du so in der gegend rumstehst machst du mir angst so ein fels in der brandung der sich nicht bewegt das ist nicht so gut das ist schwank das fels der unmenge vor gegnern hat massen ich nehme nicht das sondern du hast du hast dich vorher nicht bewegt das hat mir angst gemacht kannst du das nicht verstehen ich sollte ich sagen boah oh Gott erst im Baustkampf ne ich will jetzt erst eigentlich dieses Ding da einsammeln was willst du einsammeln wie ich jetzt drinne benutzt ihr nicht lol weil die abgelehnt haben ich stehe immer wieder alleine und ich komme nie wieder raus außer ich sterbe und dann bist du raus ja ach das blieb ist zum Glück auch noch nicht abgelehnt doch ich hab abgelehnt aber du hast es auch abgebrochen aber es geht ja eigentlich ah der Kreuzritter Teil 2 mach den mal fertig hier mach aber Pommes bei der Burger ach der Kopfspalter ja der Kopfspalter Spalte der Köpfe kann das sein Entschuldigung nein er ist königlicher Scharpflicht nein er ist königlicher Scharpflicht oh schau mal vitale Läufer dann kann sie mir ja trotzdem einblasen und ich dachte schon hier geht's nicht gut ob Schrumpel oder nicht nichts für ungut aber ich hab keine Lust mehr dieses Video anzuschauen und deswegen hier direkt weiterspielen weiterspielen na muss man einfach so sagen der Schmied der Schmied ok aber ich hab hier kein Schmied der Schmied ist es immer wenn es der Gärtner gibt ach da ist der Händler ja wenn ich rechtsklick mache verkauf ich alles oder ja und das was du draufklickst nicht alles Entschuldigung ja 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 was ist denn das pick up black and white oh bitte das ist ja auch neu das ist ja auch neu kenn ich nicht ist ja auch neu kann ich mal probieren und er so kann ich mal nö hö 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 ja 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 du hast dir Haltränke verkauft nicht wie du gegeben hast ne bitte du hast dir Haltränke verkauft nicht wie du gegeben hast nein ich hab 31 Haltränke äh 31 Haltränke ja und in der Truhe hab ich auch nochmal 10 Prozent Prozent man erkennt den Verbrecher der weckt immer daran dass er selber spricht wenn er sogar was er kreuznimmt dann soll grad fangt weggeklickt oh hier kann man Farbe kaufen nicht ran vorbei was man muss keine Farbe kaufen Brandy Farbe wo ist die Farbe was keine Farbe ist das eigentlich sehr eigentlich behindert die der Streitkopf oder der Pflege nach oben seltener Brustschutz Rüstung 3 Rüstung 3 11 Intelligenz guck mal wie der Streitkopf am rumwacken das habe ich mit Level 1 schon gesehen Justin warum wie der hat noch keine Farbe ist der eigentlich behindert die Farbe ist unwichtig die Farbe ist unwichtig das ist ein ganzes Spiel ja der Deckard Cain der soll nicht so viel reden der soll der Deckard Cain der soll nicht so viel reden der soll der verpufft Ringe hey komm der läuft hier gleich Amok der ich versuche den Müll zu filzen oder den Müll zu äh den Filz zu milzen lass uns den Müll filzen oder den nicht den Müll filzen lass uns den Müll filzen lasst uns den Filz milzen nein daaa Lass uns den Müll filzen oder den Filz milzen Bei mir nicht, ich hab die Animation deaktiviert. Mira Iman, ne, ist ein lila Dämon, ist eigentlich klar. Ne? Oh, was ist denn hier, Lederhose? Kann ich ja gleich aufs Oktoberfest. Irgendwie ist es nicht so toll. Oh, das ist gut. Achso, die waren nicht für mich. Entschuldigung, hier. Hättest du wohl gern. Schau mal, hier. Hättest du wohl... Oh, scheiße, jetzt hat er sie. Ich glaube, ich meine, er hat 11 Stärke. Mann, Justin, was gibst du denn eigentlich für Müll? Ja. 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 Reingeschissen, ich bin in mir zurück. Hey, schließt alle Ereize und kündigt Justinian hier im Akt 5 ab. Das ist mein Adeliger-Name. Ja, klar. Ich bin im Akt 5 vertreten. Justinian bin ich. Geil. Finde ich toll. Hab mein eigenes Boss-Mod bekommen, so wie ich es immer wollte. Weil ich gesagt hab, Diablo 3 ist so einfach. Die haben nur um Hardcores durch, kriegst du einen eigenen Boss-Mod geschenkt. Weißt du, wann du dein eigenes Spiel geschenk bekommst? Wenn du mit mir den... Wenn du mit mir Hardcore durchspielst in Qualvoll 3. Ich weiß gar nicht, ob es Qualvoll 3 gibt. Da bekomm ich ein Spiel geschenkt. Voll nicht Hardcore. Ja, eben. Voll nicht Hardcore. In Qualvoll 3. Von 2. Wir haben... Wir haben Qual 1 gespielt, Justin, du weißt, was das war. War das... War das gut? Naja. Im ersten Meister, das alleine gespielt war, bevor er in der Stadt war schon zu. Echt? Echt? In den ersten drei Zombies da kamen. So einfach? Kannst du mir vorstellen, dass das dann Dark Souls des Diablo ist? Was? Du meinst wohl das Diablo des Dark Souls? Nein. Wenn wir vor allem rumrennen, ist das hier Dark Souls. Ja, mei. Läuft. Ne, Hauptsache man hat einen dicken, fetten Kubats. Wo müssen wir denn jetzt eigentlich hin? Findet den Friedhof der Verlassenen im Hain des Wehklagens. Ui, ne Dicker. Den Gold. Sind wir hier in Pokémon Gold oder was ist hier los? Uh, Schaden, 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 ich kriege Schaden. Oh, oh. Oh, oh. Ja, der Dicke, der frisst... Der frisst gut. Der Dicke macht mir Damage, wo ich gar nicht bei ihm stehe. Achso, das ist gar nicht der Dicke, aber so. Und was macht der Dicke, warum ist der so hart? Ich hab Köcher bekommen. Nur zwei Punkten. Ich hab ein Kupferschloss. Ach, das ist ein seltener Gürtel. Ich bin ja schon fast nur noch gelb. Ist das gut? Ja, ja. Wie das Spiel genau weiß, dass er sein erster Charakter ist von Grand Game, du sagst denn? Zuckerbrot und Feitsche. Das sieht mir voll episch aus und dann kommt ein Gegner und haut den Leimschlaf in. Hm. Ne, ne, das passiert mir nicht. Ich bin Pro-Gamer. Der hat das 100% EP-Wochenende verpasst. Das hat er vielleicht nicht tun dürfen. Ja, das ist ein bisschen ärgerlich. Hättet ihr mir auch Bescheid sagen können, ihr Kameradenschweine? Naja. Du hast ja nicht WhatsApp, oder? Naja. Wunderlich. Gib schon bei Apple nicht. Ich hab selber eins. Ich hab selber eins. Stimmt, du hast ja selber eins mit einem iPhone. Da ist ein StarCraft heute gespielt und mir gedacht, boah, 4 Uhr fertig mit Lernen und so, kann man heute eine richtig schöne Lernersession einlegen. Spielst du ein Spiel, stirbst gegen DTs, hast keinen Bock mehr. Alte vier. Alte vier Games, Alte vier Games. Noch besser. Ah, hier. Unsiegbar. Siehst du das? Die Festung. Die Festung. Frank, du bist eine Wand. Wenn ich mit dir in den Club komme, dann geh ich mit mehr Schränken in den Club als wir in Ikea stehen. Was ist das denn? Was ist das denn? Frank, ich steh hinter dir. Ich steh hinter dir. Aber nur, wenn Schüsse fallen. Ich hoffe, du nimmst mir das nicht übel. Oh Gott, da kommt hier irgendwas Großes. Irgendwas mit Mauern. Das ist immer scheiße. Achte auf die Blocker. Ach so, das war nicht clever, oder? Die Blocker sind nicht gut. Ach so. Oh, oh. Oh. Oh, du bist ein blauer Justin. Du hast dich wieder gemacht, Justin. Voll ich nicht. Wir wissen alle, aber wir wissen wirklich alle, die Blockfähigkeit haben. Alle. Ich stehe. Oh, warte, 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 warte. Oh fuck, das ist nicht gut, oder? Nein, das ist nicht gut. Du musst noch ein bisschen kiten, oder? Kiten, wenn die nächste Mob-Pro rein. Oh fuck, ich hab Stimme. Ja, scheiße. Die können wir nicht durch. Das ist eine Mauer. Ja, es ist die Berliner Mauer. Ja, es ist die Berliner Mauer. Oh mein Gott, das war's. Ernsthaft? Fack, mein Lider, mein Lider. Ich bin nicht, ich kann doch nichts machen, Dir. Der ist raus da. Lauf doch einfach nur Du spast! Ja, wollt. Ihr seid gut. Uhuu. Oh, ich bin gestiegen. Was, du bist gestorben? die Stiegen bin ich. Ja, ich auch. Und zwar... Da war die erste Situation. Ja, das war schlimmer als die ganzen Spiele, die wir gespielt haben, oder? Ja, es lag aber auch nur daran, dass ich da bin, oder? Natürlich, das liegt am dritten Spieler, liegt das. Na ja, klar. Schieb das jetzt alles auf mich. Ja schau, ich hab schon wieder Goldschuhe bekommen! Was ist denn hier los heute mit den Melden-Vipers? Übrigens ist Orange das Beste, wenn ihr nicht wollt, nicht Geld. Ich brauche wirklich mal meine Pizza in den Ofen schieben, ich hab Hunger. Ja, ich habe auch Hunger. Ja, pff... Ja, ich hab auch Hunger. Der biet das Weck nicht von alleine! Der biet... Aber es ist kein Salat, gell? Nee, 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 ne. Der ingere Pizza, da ist ja kein Salat drauf? Wenn du Salat isst, dann, du weißt. Salami ist sogar gesünder als ein Apfel. Nee, Justin, du weißt das, wenn du... Boah, schau mal, ich kann jetzt tanken. Guck mal, ich kann jetzt tanken, schau mal. Oh, jetzt kann ich nicht mehr. Aber es war schön. Ich finde mich selber besser aussehend in dieser Rüstung. Schau mal, schau mal her. Schau mal. Oh, seh ich gut aus, oh, seh ich gut aus. Also, du musst mal ESC drücken. ESC? Spieler löschen. Dann gehst du ins Gameplay. Dann gehst du ins Gameplay. Dann gehst du auf Walmus-Massenhaken rein. Was? Walmus. Rechts für Interface. Ah, okay, was ist das? Hat folgenden Effekt, dass wenn du skillen kannst, nicht auf deine Fähigkeiten begrenzt ist. Das heißt, bei 1 musst du nicht nur diese 4 Fähigkeiten nehmen, die da drin sind, sondern kannst auch rechts und links weiterklicken. Durch alle Fähigkeiten, die du... Und wie mache ich das? Den Pfeil? Ja, das ist jetzt noch nicht so wichtig, weil er noch keine 4 Fähigkeiten hat. Ja, aber ich finde die Frost-Grohr und alles ist voller als das andere, was du da bekommst, das Match. Ach, guck mal einer an, das sind ja entviele. Guck mal, Dino. Da hängst du. Da hab ich dich doch gestern aufgehangen. Justin, erinnerst du dich noch an die Kette? Welche Kette? Mit der ich dich durch den Dreck gezogen hab. Weißt du was, was ist weiß, 200 Kilometer lang und verläuft durch die Sahara? Mein Sack. Nee, der Bart dieses Witzes. Erinnerst du dich noch an den Panzer? Mit dem ich dir übers Gesicht gefahren bin? Es ist so geil, wie das geklappt hat mit der Kette. Den hab ich letztens in der, letzte Woche in der Arbeit gebracht. Der Azubi hat mich verarscht und ich so zum Azubi... Ey, Daniel, erinnerst du dich an die Kette? Er so, was für eine Kette, mit der ich dich durch den Dreck gezogen hab. Ich bin 19. Ja, siehste, sag ich doch. Wir müssen in deinem 20. Lebensjahr proben. Ey, jetzt hör mal auf, die Ausreden jetzt ist so. Der Frank ist nämlich auch noch nicht 20. Du musst dir nur eins der Sachen beibringen. Weil ich glaub, das ist nicht gut, dass ich, äh, die Diamantrüstung auf eins hab, oder? Soll ich Diamantrüstung oder Frostnova nehmen? Das, was du willst. Ja, ich hab, ich kenn mich nicht auch. Ja, ich hab, ich kenn mich nicht auch. Ja, genau. Dann bin ich mal Tank. Dann müssen wir mal hier, kleine Pause machen wegen Essen und so, oder? Ja, Mann, aber richtig. Ich bin dir gleich tot. Dann stirb einfach und dann machen wir eine Pause. Dann machen wir, glaub ich, eine längere Pause. Ja, ganz ehrlich, ich hab' noch nie gestorben. Also, ich hab' ne 100%-Quote bis jetzt. Oder nicht? Im HC stirbst du aber auch nicht öfter. Wie? Ja, im HC stirbt man halt einmal und dann... Äh, ne? Dann braucht man nen Nerd, äh, Smurf-Account. Weil dann wird's einfach zu schwer. Löst sich jetzt die Party hier auf, oder was ist hier los? Eigentlich nicht, ihr geht in die falsche Richtung. Nee, nee. Justin geht in die falsche Richtung. Ich hab' ne Truhe geöffnet, da kam richtig Zeuge raus. Wieso mach' ich eigentlich so wenig Damage? Wenig. Ja, ich mach' nur 27,3. Ja, dann mach' schon mal mehr als ich. Ja, wieso macht ihr dann optisch mehr Damage wie ich? Weil immer wenn ich auf irgendeinem... Ich benutze Frost-Dingens. Ist das nicht gut? Nee, das ist ja eigentlich nur zum Einfrieren da. Soll ich dann... Soll ich lieber AK ne Kugel nehmen? Ja. Die, die saug ich mit meiner Leer. Bitte? Also eher die hier. Ja. Warum? Schwarze Loch. Was hab' ich noch nicht? Ja, wobei, schwarze Loch. Ich guck' mal hinter kurz. Oh, Justin, bitte. Was soll die Grabsteine stehen? Ich kann auch nix dafür. Es gab mal einen Erfolg, wenn man 50 davon zerstört hat. Ja. Wof, Brot. Zum schwarzen Loch. Das schwarze Loch. Oh, hier kann man in die Stadt, das heißt, ich kann Essen holen. Ja, zurück in die Stadt und holen wir mal was zu essen und dann... Das ist meine Pizza rum, ich sag's mal 14 Minuten im Backofen. Ja, ja. Red dich nur raus. Komm mal mit, ich möchte mal gerne mit dir aufs Übungsgelände. Wollen wir das vor... Wollen wir das vor dem, äh, Ding hier klären, ne Runde Bordstein fressen? Ja, ja. Ja? Mama, komm. Mama. Hier ist er. Betrete das Übungsgelände, wenn ich sterbe, bin ich tot. Weiß ich nicht, ich weiß nicht, ob ich sterben kann. Na, komm mal, geh mal rauf, komm. Was ist denn hier? Oh, bis hin. Noob, noob, noob. Ich bin nur der Herrenkennende immer schneller, wenn ich das sehe. Was ist das denn hier? Hey, jetzt pisst euch doch. Bitte, der auch um mich losgeht. Hier schnitt weg, hey. Three for all, last man standing. Last man standing. Und der Typ rennt weg. Ja, wie ist der Ende vom Weg? Oh mein Gott, aah, 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 wo ist der Oberdecke? Hey, komm, Frank, wir haben ihn doch fast. Ja, wir haben ihn doch fast. Ja, wir haben ihn doch fast. Ja, wir haben ihn doch fast. Ich hab doch direkt cool, ich bin nicht einfach. Ach, scheiße, jetzt hab ich gegen die Wand geschossen. Wo ist der Frank? Oder ist er nicht mehr hier? Ihr wurdet vom Brandy94. Ist er jetzt tot? Kann man mich retten? Ich glaub nicht. Guck mal, er rettet mich doch. Da steh ich wieder. Ja, jetzt töte der mich dafür gleich. Können wir sie doch retten, ja? Naja, um zu mir zu gewusst. Ihr habt mir da, wir müssen filmen. Ich mach mir da so'n Spaß draus. Und er so, nee, nee, lauf, lauf. So geil, Juppie. Ich hab' vorherzeitig im Dreck gelegt. Da stand nur am Speicherpunkt wieder beliebt, in der Stadt oder war's. Ja, ich sag ja. Erinnerst du dich an die Kette? Da hab' ich dich auch durch den Dreck gezogen. Was hältst du mich auch? Ja. So, der war richtig gut. Ne, mit der Kette oder das mit dem, gerade? Kein Spaß. Ich hab' gerade erkannt, der war gut. Wie du die ganze Zeit mit der Kugel geschossen hast und uns beide immer die ganze Zeit betroffen hast. Ja, aber nie gewusst hab', warum ich das mach'. Ich hab' nicht mal absichtlich da gedrückt. Leute, ich komm gleich mit einem 56er-Mensch, der kommt auf den Sack. Ne, 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 dann bin ich offline. Das schlag' ich nicht einmal mit, dann ist es wieder. Ach, davon träumst du doch nur, ich hab' meine Supernova. Weißt du, dass ich mal nicht träume? Von mir. Kann man das dann? Oh, und was ist damit? Warte. Warum kann ich nicht sprechen? Ich kann es. Los! Ich muss jetzt auch noch was zu essen holen, sonst geht das nicht. So, Leute, ich geh mir jetzt auch noch was zu essen holen, bis gleich. Sonst ist nichts scheiße. Ciao, ciao!